Renate? Wann fahren wir denn nach Hause? Du, ich brauch noch ein paar Schuhe für Mutters Geburtstag. Schuhe? Schuhe haben wir doch gerade in Bozen gekauft. Die bauen mit den Muppen. Das ist sechs Jahre her. Ja, genau. Warum trägst du nicht mal schwarze Unterwäsche? Sag mal, willst du noch lange rumgucken? Ich streng dich nicht. Lass dir ruhig Zeit. Wie lange, wie lange meinst du denn? Ich meine, bis du alles gesehen hast. In aller Ruhe. Och, weißt du. Ich streng dich gar nicht. Ich hätte nur gern gewusst, wie lange es noch so dauert. Etwa. Moment noch. Was suchst du eigentlich? Ich weiß noch nicht. Du weißt nicht, was du suchst? Also ich habe jetzt alles gesehen und weiß jedenfalls, dass es hier, also dass ich hier wirklich nicht wüsste, was ich hier noch... Warum bist du denn so ungeduldig? Na, hör mal. Mal. Mal.